Hi Leute, ich bin Shanti und am 13.12. auf 20 Uhr gibt es eine fette YouTube-Premiere, denn Emrah und ich werden die neue ProSieben-Show Masters of Dance gemeinsam mit euch im Livestream schauen. Wir sind schon super gespannt auf die Performances und natürlich darauf, was der Julian Bam so anstellen wird. Das alles gibt es auf dem YouTube-Kanal von Masters of Dance, den könnt ihr schon mal gerne abonnieren und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am 13.12. Bis dann! Weltklasse! Das war einfach unglaublich! Ja! Juhu! Mehr geht nicht! Es war so schön! Viel zu emotional, direkt am Anfang, alter Scheiße! Hier gibt es immer Duelle, immer Wettbewerbe. Wir haben zwei Bühnen für die Duelle. Blau gegen Rot. Next! Man hat so immer den direkten Vergleich. Wer ist besser? Kein Tänzer kann alles. Hier wird es aber verlangen. Alle Tanzstile, Urban, Contemporary, Ballroom. Das alles wollen wir sehen. Eine völlig neue Herausforderung. Vier Master. Eine Mission. Ich brauch dich in meiner Company. Sowas will ich in meiner Company. Die kommt zu mir. Auf gar keinen Fall. Mama, bitte, ja! Der Wettstreit von vier Choreografen um die besten Tänzer. Wir sind nicht hier, um zu labern. What, Jumper, Jumper, Jumper! Wir sind hier, um zu siegen. 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 Vielen Dank.